Es gibt Leute, die Glück haben und andere, die keinem haben. Man könnte sich ja nicht erklären, warum man einen Unfall überlebt und einen anderen plötzlich Krebs kriegt. Oder warum es Kinder gibt, die von Geburt an herzlich und lieb und andere einfach bös sind. Oder warum man im Lotto gewinnt und einen anderen plötzlich blind wird. Oder warum der Lukas, ein Arbeitskollege von mir, in ein fremdes Land geht und dort wird jeder Futsfikt, der ihm über den Weg läuft. Wo andere heute ein Porno reinziehen müssen und morgen noch niemals ein. Dass es Leute gibt, die Glück haben und andere, die keins haben, ist so wahr, wie das die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad bemisst. Sonst könnte man sich ja nicht erklären, warum einer glücklich und fröhlich ist und andere nicht. Warum ein paar von uns hier geboren sind und andere in Somalia oder in belgisch Kongo. Sonst könnte man auch nicht erklären, warum sich einer ein sinnloses Leben nimmt. Und der Glas dann so ein gemeinsames Lied darüber singt. Zu einer Melodie, die sie im Lager gelernt haben. Zur immer wieder auf die gröslichen Gewicht. Episode 3 Er hat sie bei Stohlen genommen, hat sich gesagt, das macht man so. Hat sich die Kugel gegeben und ja, jetzt ist der Doble nicht mehr da. Das ist der Doble nicht mehr da. Die Kugel ist etwas zu uns. Aber das ist der Doble nicht mehr. Das ist der Doble nicht mehr da.